Schade, dass es hier so ist. Es ist mir so schön. Wir sind gerade weg von uns. Wir fahren jetzt mal. Das ist so. Wir haben halt geguckt. Ich muss los. Ich muss los. Warten wir nicht? Oder gehe ich auf den Club? Nee. Nein. Ich muss los. Ich bin selber. Okay. Ich verändere nicht meinen Stimmel. Boah, ich bin echt dick. Oh, du bist ein Heiler. Hier. Ja. Ich bin einfach. Ich bin einfach. Ich bin einfach. Ja, ich bin einfach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Liebe Reisende, in unserem Zug gilt es weiterhin und auch immer noch überall in allen Bereichen des Zuges einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Mein Team und ich machen das und wir bitten Sie doch, uns die gleiche Fürsorge entgegenzubringen. Vielen Dank, jetzt wünsche ich Ihnen eine angenehme Reise. Ladies and Gentlemen, cover please your mouth and nose, summertime in this train. Für die Reisenden in der zweiten Klasse befindet sich heute ein netter junger Mann, der Sie mit Getränken vor Bord, auch mit uns kleinen Snakes vor Ort. Versorgt sollte das nicht ausreichen, haben wir halt auch noch mal unser Bordbistro. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine angenehme Reise. Das ist das, was ich so gar nicht verstehe. Das ist das, was ich so gar nicht verstehe. Das ist das, was ich so gar nicht verstehe. Das ist das, was ich so gar nicht verstehe. Das ist das, was ich so gar nicht verstehe. Aber was habt ihr denn gemacht? Das, was ich so gar nicht verstehe. Okay. Die Schleunen gab es nicht. Wir waren am Schleunen, aber das war. Dann ging Samstag, das ist Zivila-Hoppe-Lafraben. Dann war das Zivila-Hoppe-Lafraben. Das ist ein Problem, das ist ein Problem. Das ist ein Zivila-Hoppe-Lafraben. Wir haben schon mal gesehen, dass es geht. Immerhin. Ja. Dann haben wir die Aussicht, da ging aus. Das hat das echt weggekommen. Warum saßt ihr da im Raum? Ja. Das ist doch eigentlich so gut in der Schaschinen. War das alles nicht drin? Ja. Ja. Die hab ich mal gearbeitet. Ja. Ich will jetzt meine nächste Franken essen. Ja. 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 Nachmittag Ich bin schon auf dem Weg. Ich verschwinde. Einige, die wir jetzt schon anschauen. Ich hab den Schnellschuh schon mal geblieben. Das ist ja so schön. Jetzt, jetzt. Ja. Da ist ja schon so schön. Die Sehner ist auch... ... im Hasenbrief. Weiß ich nicht.